Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den August 2017, dem Monat der Sonnenfinsternis. Und das ist für euch ganz besonders wichtig. In der Liebe ist jetzt alles möglich. Die Mond- und die Sonnenfinsternis fallen in euer Partnerhaus und können euer Liebesleben auf den Kopf stellen. Ihr könnt euren Seelenpartner treffen oder euch mit einem schon vorhandenen Partner neue Dimensionen der Zweisamkeit erschließen. Dabei ist es wichtig, dass ihr nicht auf stur schaltet, sondern eurem Partner auch einmal die Führung überlasst. Wenn das Fragen aufwirft, solltet ihr auf jeden Fall an der Verlosung teilnehmen. Es gibt nämlich auch heute wieder eine Beratung bei mir zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos und der Gewinner oder die Gewinnerin werden dann im nächsten Monat in der kosmischen Schwingung bekannt gegeben. Jetzt kommen wir zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langfristig wirkenden Konstellationen. Und da wäre zunächst mal ein günstiger Aspekt zum Jupiter. Der steht für euch sehr günstig hier im 9. Haus der Pläne und des Fernwehs. Sehr schöne Position zur Wassermann-Sonne. Aber wir haben in diesem Monat ja auch diese Spannung zu Pluto. Und das habe ich in der kosmischen Schwingung erklärt, ist ein Geld- und Schuldenaspekt. Und in eurem Fall könnte das zum Beispiel heißen, dass ihr zu viel Geld für eine große Reise ausgebt oder dass ihr Pläne habt, die sich als teuer erweisen. Also ihr solltet da zumindest in den ersten drei Wochen im August euch noch ein bisschen mit zurückhalten. Dann löst sich dieser Aspekt so ein bisschen auf und dann ist das nicht mehr ganz so wild. Und das spüren dann vielleicht auch diejenigen, die eben den guten Jupiter-Aspekt empfangen. Und das sind diejenigen, die zwischen dem 3. und 12. Februar Geburtstag haben. Dann habt ihr weiterhin auch einen günstigen Aspekt zu Manifestationsplanet Saturn. Der steht im freundschaftlichen Aspekt zur Wassermann-Sonne im Schützen und dabei auch die Lilith. Das ist sehr wichtig bei dem 11. Haus. Das kann zum Beispiel, Lilith in 11 kann, schräge Freunde anzeigen, die also so ein bisschen ausgefallen sind oder vielleicht anderen, andere Leute, die das nicht verstehen, dass ihr mit solchen Leuten befreundet seid. Aber ihr steht eben dazu. Ihr bekommt dadurch Impulse und auch Inspiration. Und jetzt mit Saturn dabei kann das auch ein Hinweis sein, dass ihr eine besonders kreative Kraft habt oder kreative Unterstützung bekommt. Und das spüren besonders die Geborenen, die zwischen dem 8. und dem 12. Februar Geburtstag haben. Ja, und dann ist da natürlich der Mondknoten mit der Sonnenfinsternis und dem Neumond für euch im 7. Haus. Und diesen Einfluss spüren besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 11. und 18. Februar Geburtstag haben. Wenn ihr also in dieser Zeit Geburtstag habt, dann wirkt sich die Sonnenfinsternis bei euch aus und bringt große Veränderungen in eurem Leben. Das kann den Job betreffen, den Wohnort vor allem, aber die Beziehung, weil es eben in eurem Partnerhaus ist, im 7. Sonnenhaus. Wenn ihr da natürlich mehr darüber wissen wollt, wie das in eurem individuellen Horoskop steht, dann wäre das vielleicht auch nochmal eine gute Idee, sich da eine Beratung zu holen, um noch mehr darüber zu erfahren. Aber für das Wassermann-Kollektiv, sage ich mal, geht es auf jeden Fall um Beziehungen. Und ihr, der Wassermann, ihr steht jetzt am absteigenden Mondknoten. Also der Aufsteigende ist im Löwen genau gegenüber. Der ist jetzt hier nicht eingezeichnet, aber genau gegenüber steht der Absteigende im Wassermann. Und das bedeutet auch für viele Wassermanngeborene, dass sie eine Verbindung mit der Vergangenheit aufnehmen können und die Chance bekommen, etwas, was sie bisher noch nicht getan haben, nun dann in Angriff zu nehmen. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, dass ihr mal nachdenkt darüber, ob es etwas gibt, was ihr in eurem Leben noch machen wollt. Da werden jetzt so die nächsten 18 Monate halt genau geeignet dafür. Es kann aber auch bedeuten, dass euer Gegenüber hier mit dem Mars auch dabei halt eine sehr starke, mitreisende und dominante Energie hat und dass ihr eventuell diejenigen seid, die dann auch mal nachgeben müssen. Und das ist nicht ganz so einfach, denn der Wassermann, das wird gerne übersehen, gehört zu den fixen Zeichen, hat auch was Stures an sich. Der gilt zwar so als locker und originell, aber gerade was so seine Theorien angeht, kann er eben sehr stur auch an dem festhalten oder an seiner Meinung festhalten und darum kann es eben auch gehen. Bei der Sonnenfinsternis, die ja auch Neumut ist, da wird es auch darum gehen, dass ihr vielleicht, um eben auch eine glückliche Beziehung zu führen, auch mal nachgeben müsst. Oder dass ihr vielleicht auch, es kann eben auch sein, dass zum Beispiel euer Partner den Wohnort wechselt und ihr müsst dann eben mitziehen. Das sind so Sachen, die kommen da für euch in Frage. Und die Sonnenfinsternis, die hat schon vor drei Monaten angefangen zu wirken. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt, so seit Mai. Und die wirkt eben noch bis zu 18 Monaten weiter. Ja, also das ist schon eine sehr, sehr spannende Konstellation für euch. Und ihr schaut mal, wo das da für euch hingeht. Und wenn ihr noch Single seid, dann kann es eben wirklich auch bedeuten, dass ihr jetzt in den nächsten 18 Monaten euren Seelenpartner findet. Dann fast auf die gleichen Geburtstagskinder wirkt auch noch zusätzlich hier ein schöner Aspekt vom Uranus ein. Das ist ja euer Herrscherplanet, steht günstig im Sextil zur Wassermannsonne und eben gleichzeitig auch im Aspekt zum Mondknoten zur Sonnenfinsternis nachher, wenn die dann eintritt. Und das heißt eben auch, dass ihr auch tolle Ideen habt, wie ihr das gestalten wollt mit eurer Beziehung. Also selbst wenn ihr vielleicht dem Partner mal die Führung überlassen müsst, werdet ihr euch auf jeden Fall einbringen können mit guten Ideen und Vorschlägen. Und diesen Originalitätsaspekt, den spüren jetzt besonders die Geburtstagskinder vom 15. bis 19. Februar. Aber für euch gilt auch, dass da ja jetzt der Neptun dranhängt in diesem sogenannten Halbquadrataspekt. Und das kann eben auch bedeuten, dass ihr vielleicht Leute kennenlernt, die noch eine geheime Agenda haben, die nicht ganz ehrlich sind oder die einfach zu Beginn in der Beziehung was anderes am Laufen haben, als dann später oder die vielleicht dann ihre Meinung noch mal ändern. Das müsst ihr eventuell auch beachten. Und jetzt schauen wir uns eure aktuellen Konstellationen im August an. Ihr startet in den Monat mit der Sonne und Mars, die in eurem Partnerhaus stehen. Hier beide im siebten Haus in Opposition zu eurer Wassermann-Sonne. Wobei der Mars noch knapp in der ersten Dekade steht und die Sonne schon in der zweiten Dekade. Und die Venus, liebes Planet Venus, steht im Zeichen Krebs für euch im sechsten Sonnenhaus. Das kann zum Beispiel heißen, dass ihr im Büro ein Flirt habt, wenn ihr jetzt im Moment keinen Urlaub habt. Oder auch, dass ihr Lust habt, euren Alltag oder Arbeitsalltag zu verschönern. Oder dass ihr eben einfach über euren Job nette Leute kennenlernt. Genau. Dann haben wir den Merkur. Der steht für euch in der Jungfrau im achten Haus der festen Beziehung. Das ist ganz gut, um mit dem festen Partner klärende Gespräche zu führen, aber nur noch bis zum 13., denn dann wird er rückläufig. Dann habt ihr gleich am 2.8. einen Top-Tag mit einer schönen Flirt-Energie. Denn der Mond steht da hier für euch auch im Haus der Freundschaft und aktiviert hier die Sonne, die eben in eurem Partnerhaus steht. Also ist halt super für Flirts und auch für schöne Momente und interessante Momente mit interessanten Leuten in eurem Freundeskreis. Dann ist für euch sehr wichtig, dass der Uranus, das ist ja euer Herrscherplanet, rückläufig wird. Das passiert am 3. Aber das ist jetzt nicht ein Tag, wo das wichtig ist, sondern das wirkt sich auf den ganzen Monat aus, weil der Uranus dadurch eine besondere Kraft kriegt. Das heißt, diejenigen von euch, die den im Aspekt jetzt haben, die den spüren, die diese erneuernde und inspirierende Kraft des Uranus spüren, die spüren ihn eben ganz besonders stark und haben auch mehr Ideen als sonst. Das steht ja auch bei euch im 3. Haus der Kommunikation. Also ihr seid mit Sicherheit in diesem Monat sehr, 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 sehr inspiriert. Die Tatsache, dass der zurückläuft, ist jetzt nicht so tragisch wie bei Merkur zum Beispiel, weil die langsamen Planeten, die sind dann über Monate rückläufig. Es ist eher wichtig, die Zeit, wenn er rückläufig wird, weil er dann immer langsamer wird, bevor er dann die Richtung wechselt. Und dadurch entwickelt er eben eine ganz besondere Kraft. Genau, das wäre also am 3. August. Dann haben wir am 4. August das Quadrat exakt zwischen Jupiter und Pluto. Also keine Schulden machen wegen großer Reisepläne, bitte. Am 6. August beginnt die Opposition von Mars hier in eurem Partnerhaus die zweite Dekade. Und dann kommt auch schon der Vollmond am 7. und der erscheint als partielle Mondfinsternis. Und das ist für euch auf der Beziehungsachse. Der Mond ist im Wassermann in eurem ersten Haus und gegenüber, weil die Sonne mit Mars und Mondknoten im 7. Haus und hier mit so einem Mars ist es eben denkbar, dass da ein Partner ist, der sich damit sehr viel Wucht einbringt. Oder wo es eben auch dann Auseinandersetzungen gibt. Oder vielleicht habt ihr auch eine neue Begegnung von jemandem, den ihr schon als sehr dominant empfindet, wenn auch sehr interessant. Aber gerade um den Vollmond rum kann es eben emotional geführte Auseinandersetzungen in eurer Beziehung geben. Und da ist nochmal mein Tipp, nicht auf stur schalten. Da gilt jetzt wirklich mal der oder die Klügere gibt nach. Und diese Konstellation ist halt interessant und faszinierend für die uranischen Wassermanngeborenen, also die, die einen starken Uranus-Einfluss haben. Die sind sehr locker und sehr inspiriert und sehr offen. Schwieriger ist das für Wassermanngeborene, die eine stärkere Saturn-Betonung haben. Das merkt ihr daran, wenn ihr zu denen gehört, dass ihr die Dinge ernster nehmt und dass ihr auch zur Eifersucht neigt. Saturn ist der alte Herrscher des Wassermanns und der wirkt in eurem Zeichen auch immer noch. Und es gibt Wassermanngeborene, die sind, egal was in den astrologischen Lehrbüchern steht, sehr eifersüchtig und auch so ein bisschen besitzergreifend. Und wenn ihr zu denen gehört, dann könnte es eben sein, dass es dann um diesen Vollmond rum da eher Probleme gibt. Denn, das habe ich ja in der kosmischen Schwingung gesagt, im August ist Freiraumlassen-Trumpf. Und insofern ist es also für euch wichtig, dass ihr dann einfach euren Partner auch Freiraum lasst und dass ihr tolerant seid und auch gönnen könnt. Und dass die meisten Wassermanngeborenen können das ja auch. Und da spürt man in euch rein, zu welchen Typen ihr da gehört und entsprechend könnt ihr dann mit der Konstellation umgehen. Dann haben wir ja vom 9. bis 12. die superheiße Flirtphase. Sehr, sehr schön, denn Jupiter verbindet sich mit der Sonne, die bei euch im Partnerhaus steht. Das ist alles sehr günstig und zum Beispiel auch toll für eine Urlaubsliebe. Oder was auch sein kann, ist hier mit Lilith, die dann hier auch ein Trigon in euer siebtes Haus, also euer Partnerhaus wirft. Das könnte eine wilde Affäre sein, die euch sehr inspiriert und die hier mit Saturn auch dazu führt, dass ihr was Tolles manifestiert. Das ist eine sehr inspirierende Zeit. Und der Top-Tag dieser Phase für euch ist der 11. August. Das ist super schön für eine Urlaubsliebe, hier mit dem Jupiter im 9. Haus und dann in Verbindung mit euer Partnerhaus. Aber auch für Festliierte, weil nämlich dann die Venus hier zu dem Merkur, der bei euch im Haus der festen Beziehungen steht, einen guten Aspekt bildet. Also da habt ihr alle was davon, ob Single oder Festliiert. Am 13. August wird dann der Merkur rückläufig in der Jungfrau und diese Rückläufigkeit dauert bis zum 5. September, wisst ihr ja schon. Das bedeutet, dass Pläne eventuell revidiert werden müssen, also in diesen drei Wochen, dass man möglichst keine Verträge unterschreiben soll. Das ist für euch auch besonders wichtig, weil der Merkur im 8. Haus steht und genau gegenüber von Neptun. Das ist für euch die Achse Geld und Werte und da steht ja sowieso der Neptun. Also ihr habt da sowieso schon langfristig eine Phase, wo ihr also entweder super inspiriert und intuitiv dem Geldfluss folgt oder aber wo ihr hier mit Neptun erlebt, dass ihr irgendwie Geld verliert und ihr wisst nicht so recht wie. Und wenn dann hier gegenüber auch noch der Merkur rückläufig wird, kann das eben wirklich sehr schwierig sein für finanzielle Entwicklungen. Deswegen würde ich wirklich gucken, dass ihr bis zum 5. September keine wichtigen Finanzentscheidungen trefft oder Finanzverträge unterschreibt. Genau. Und die Sonne in eurem 7. Haus, die beginnt dann auch den Durchgang durch die dritte Dekade, auch am 13. August. Und dann kommt ja die Phase vom 13. bis 18. August, wo wir so eine Herzensbrecherphase haben, weil dann die Venus lauter schwierige Aspekte macht. Die geht ja hier erst in die Spannung zu Pluto, dann in die Spannung zu Jupiter. Das betrifft euch jetzt nicht so sehr, es sei denn, ihr habt Planeten im Steinbock. Und dann würdet ihr natürlich hier mit dieser Spannung auch abbekommen. Müsstet ihr mal nachschauen oder mal bei mir anfragen, ob ihr davon betroffen seid. Oder eben vielleicht auch, wenn ihr Partner habt aus den Zeichen. Also wenn ihr vielleicht einen Steinbockpartner habt oder Waage oder auch Krebs, die spüren das halt sehr stark und dadurch kriegt ihr das dann auch ab. Genau. Dann kommen zwei Top-Tage. Am Ende dieser Phase haben wir dann gleich einen sehr schönen Tag, Samstag, Abend bis Sonntag. Das sind der 19. und der 20. August. Das ist dann das Party-Wochenende des Monats. Und das Ganze spielt sich dann auch noch bei euch im Partnerhaus ab. Also da solltet ihr unbedingt ausgehen, denn da sind sehr gute Chancen, dass ihr jemandem sehr Interessanten begegnet. Genau. Und dann kommt ja der Neumond. Der ist dann am 21. abends, so gegen 20.20 Uhr. Und das alles bei euch im Partnerhaus. Unsere Stichworte waren Exzellenz, Kreativität und Manifestation. Und das Ganze jetzt bei euch im Partnerhaus. Und das bedeutet eben auch, dass ihr durch eine Partnerschaft tolle Ideen bekommen könnt. Oder ihr habt selbst neue Ideen für eure Partnerschaft. Das kann auch ein mitreißender Partner sein. Das kann eine Begegnung mit einem Seelenpartner sein. Und Singles können jetzt ihren Wunschpartner herbeimanifestieren. Zu Vollmond am 6. September zeigen sich vielleicht schon erste Ergebnisse. Dann habt ihr am 22. die Opposition hier mit dem Mars. Die geht dann in die dritte Dekade des Wassermannzeichens. Und am 23. tritt die Sonne ins Zeichen Jungfrau ein. Dann haben wir, das ist dann für euch im achten Haus, im Haus der festen Beziehung, das ist dann auch eine gute Energie. So, dann haben wir ja noch einen schwierigen Aspekt, Venus-Uranus. Das würdet ihr vielleicht auch mitbekommen, weil Uranus ist ja euer Herrscherplanet. Und da könnte es euch vielleicht auch passieren, dass ihr überstürzt eine Liebesentscheidung trefft, die ihr dann vielleicht bereut. Also in den zwei Tagen würde ich mich dann auch einfach zurückhalten und sage, ich gucke mir das später nochmal an, vielleicht ändere ich ja meine Meinung da nochmal. Aber auch der Partner, wenn euch ein Partner damit konfrontiert, kann auch sein, dass das dann letztlich doch nicht so heiß gegessen wird. Und dann haben wir am 26. nämlich auch schon wieder einen besseren, günstigen Aspekt für euch. Dann tritt die Venus ins Zeichen Löwe und damit auch in euer Partnerhaus. Und dann habe ich am Dienstag noch einen Top-Tag für euch gefunden. Das ist der 29. August. Da haben wir wieder so einen schönen Aspekt mit Jupiter. Und die Venus steht eben für euch im siebten Haus. Und Jupiter lenkt noch einen guten Aspekt in euer Haus der Freundschaft. Und der Mond steht auch günstig zur Venus. Also es sind lauter schöne Aspekte, um vielleicht auch nochmal jemanden kennenzulernen oder was Schönes in Sachen Liebe zu erleben. Und dann schließlich am 31. geht der rückläufige Merkur auch wieder zurück ins Zeichen. Löwe und damit auch nochmal zurück in euer Partnerhaus. Ja, das waren also die Konstellationen im August. Wenn ihr eine Beratung braucht, bin ich natürlich für euch da. Dann schaut euch doch einfach auf meiner Webseite um. Die Infos findet ihr hier über das Video. Müsst ihr auf dieses i klicken. Und außerdem habe ich noch ein Webinar Antonias Sterne am 28. Juli. Da könnt ihr für einen günstigen Preis eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Und ich widme mich da jedem Teilnehmer so 10 Minuten. Das ist auch immer ganz toll. Nach dem 28. Juli gibt es dann eine Sommerpause. Und dann mache ich im September damit weiter. Ja, und dann könnt ihr natürlich an der Verlosung teilnehmen. Und 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann postet mir doch bitte einen netten Kommentar, in dem ihr ein bisschen drauf eingeht, wie ihr mit meinen Videos klarkommt. Was ihr damit anfangen könnt oder auch was ich besser machen könnte. Etwas in der Art. Und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr dabei. Zum Schluss noch ganz wichtig für euch. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch bitte noch das Video Folge deinem Herzen an. Denn da geht es auch nochmal um die Mondknoten und wie sie sich in eurem Zeichen auswirken. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen. Bis zum nächsten Mal.